hallo grüß dich nochmal ansprechen herr flick die da bitte bleibst hier du hast deine auslösen können deine beste zeit nicht er dir spricht gegen dich und anwenden ja ich weiß das wegen anfang er hat selber gestreit brisio und rumnicke was hat mit olikan zu sprechen gegen winden so bitte stimme bitte mehr ab bitte flick muss bleiben nicht verlassen diesen verein bitte uns anreden bitte lass mal stimmen und sag jetzt ist loko bitte bleiben 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 das hat selber gewünscht das kinder schwer hoffen dumm machen hier bleiben junge bitte nicht weg ist bitte daumen hoch bitte mit dem leuten grobieren und bitte bleiben bitte